Wir betreiben den öffentlichen Personennahverkehr in Jena und im Saale-Holzland-Kreis und wir suchen Busfahrerinnen und Busfahrer, die Lust haben, mit uns Menschen täglich an ihr Ziel zu bringen. Die Faszination, Personen zu befördern, gebraucht zu werden, an eine Haltestelle zu kommen, dort stehen Menschen, die warten auf mich als Busfahrer. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Das war ein Kindheitstraum von mir. Das Interesse an der großen Technik, die Bedienung der großen Technik. Der Gelenkbus ist nicht 12 Meter, der ist 18 Meter lang. Es ist nicht jede Situation gleich. Man hat auch mal Fahrgäste, die ein bisschen mufflig sind. Viele verschiedene Verkasten, Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger. Um hier zu arbeiten, muss man eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Dann kann man auch Quereinsteiger sein, was in meinem Fall der Fall ist. Wir arbeiten im Dreischichtsystem, früh, spät, nacht. Man muss auch damit rechnen, dass man auch am Wochenende fahren muss. Es soll halt mehr eine Berufung sein als ein Beruf. Das ist der Job, der mir Spaß macht. Wenn auch du dazu beitragen möchtest, dass täglich Menschen in Jena und der Region an ihr Ziel kommen, dann bewirb dich jetzt bei uns.